Hallihallo, wie geht's denn so? Ich bin's wieder, ihr Revale, speichere ich nochmal. Ja, was passiert? Raketen alle beinahe tot durch Schrotflinte und was gibt's noch zu sagen? Wir müssen Bomben desabotieren. Loll! Au, was? Als ob der mich aus dem Flugloch getroffen hat. Was machst du los, Jane? Oh, danke schön. Wait, da hab ich was. Hoch, bei der Taste. Komm schon. Hol. Alter. Mann. Das war's. Zurück zum Schiff, Jane. Wir sind hier fertig. Mal auf die Bombe drücken. Ach so. Auf die Bombe schießt erst mal fünfmal. Ja, okay. Sehr gut. Na gut, wenn's keine Überlebenden mehr gibt, dann... ...hau, schau. Oh, da bin ich doch schnell, aber ich weiß es nicht. Oh, okay. Nein. Aha. Wow. Wow. Cool. Hör das Empyreion. Baaah. Gut, hier gibt es nicht weiter, da ist noch ein Schiff, sehr gut. Hier gibt es nichts weiter. Man, gut gedeutscht von mir. Nein. Nein. Oh oh. Ah, komm her, komm her, komm her. Sag mal. Lame. Nein. das war das level danke fürs zuschauen sage ich schon mal ach nee das sind jetzt vier minuten die plattform zu verteidigen dank dir können die hinterbliebenen die jünger ragnus nicht sofort mit nachschub versorgen sie haben auch dort die energie der dunklen seite der macht aus der höhle entzogen oh nein der gangster bros korus hat das klingt ja mal interessant wir haben anonyme informationen erhalten dass eine große zahl killertruiden den schwarzmarkt förmlich überflutet haben killertruiden ok diese droiden wurden schon vor ein paar jahren verband und offiziell produziert wie keine firma mehr dann nicht oder lenny keine ahnung traktor ein unbedeutender verbrecher korusamt wird verdächtig diese neuen droiden zu fertigen nimmt weg zu gefangen damit wir herausfinden wo seine fabrik liegt wenn er denn da übertäter ist du solltest das selbst problemlos schaffen also keine ganoven wie rapto lassen sich gewöhnlich durch ein lichtschwert abschrecken ja das mag ja sein aber ich glaube eine killertruiden wird das nicht beeindrucken als ob ok ich nehme auf jeden fall vielleicht das da ja meine killertruiden hallo so hier habe ich nicht der raketenmuff ok ich nehme wieder die shotgun und das da auf jeden fall so schön bunt glaubst du du kannst hier rein stolpern und mich festnehmen jedi sehr verdächtig jetzt jetzt ich glaube ich muss da Und wenn nicht, speichere ich lieber noch mal. Oh, Raumschuss! Alter, war das knapp! Jetzt steht bei der Luft, Junge! Wenn ich Raumschöpfe, oder sind das nur PNGs? Alter, echt jetzt? Warum? Sind manche Raumschöpfe durchsichtig? Nein! Mamma mia! Oh, das macht nichts! Gut, das kann ich jetzt tun. Das kann ich jetzt scheinbar auch unterwegs machen. Während ich laufe. Schafschützen-Duell. Wie wir wollen. Ah, lol. Das hat mich getroffen, oder? Wer ist da? Fliehen ist sinnlos! Ich glaube auch noch rein. Nein! An! Oh! Cool! Muss ich da rüber? Ja, gut! Äh, speichere. Okay. Okay. Ich heine dir richtig zu sein. Oh, das war ja cool! Yeah! Gibt's hier noch was? Gibt's hier noch was? Was anderes? Was? Wo ist Batman? Wo ist Batman? Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... Das ist ja nur ein Würfel! Okay. Die sind sie vielleicht. Fliehen ist sinnlos! Was? Ich bin ja auch. Was hat der Bum gemacht? Hm. Keine Ahnung. Ah ja, ich muss da hin. Dann bin ich zufälligerweise schon mal richtig gelaufen. Lass mich mal das Level anschauen. Ich glaube, das ist eine Millionenstadt. Ich glaube, das ist eine Millionenstadt. Hm. Ich glaube, das ist eine Millionenstadt. Wadatsch. Na ja, so ist der Arzt. So, speichern! Weiter geht's! Wer ist da? Der grüne Teufel, der nicht treffen kann! Der überhaupt nicht treffen kann! Der schreit nach Machtschuh! Der schreit nach Machtschuh! Der schreit nach Machtschuh! Der schreit nach Machtschuh! Wie cool! Ich dachte das ist Leben. Ich dachte, das ist die Bum Bum! Kann ich dann da hin hüpfen? Kann ich da rein? Nein! Okay. Ah, Schutzschuss, sehr gut. Ist da hoch? Keine Ahnung, kann ich da hoch? Ja. Ah, das ist ein Versteck, gleich. Oh, was? Oh, wie gut. Ist auch ein Versteck, nein. Wahrscheinlich muss ich da hin. Ich heile, wo? Äh, wo sind das da? Ah, was? LOL, was ist das denn? Hab ich das? Nein, das war das. Wait. Ist das so ein Kletoise? Ja, wie gut, dass ich das Ding mit dabei habe. Das Ding sieht aber auch sehr interessant aus. Oh, imperiales Zeichen, alles klar. Das Imperium ist nach wie vor auf Kokosunk präsent. Ah, nee. Halt. Auf, nichts. Oh, weg. Auf, nichts. Also, alle, hopp. Was geht hier vor? Wer sind Sie? Niemand? Nein. Nein. Oh, ich hab noch ein paar Äppeln. voll gut Ich dachte mir ein bisschen Abwechslung in der Waffenwahl kann ich schaden, ne? Komm Hermony, saug dich aus! Kann ich eigentlich parallel mich heilen, während ich... Oh, schade. Gerade, dass ich es ausprobieren wollte. So, jetzt nehme ich mal den Bowcaster. Aha! Ich speichere hier mal. Bist du Trap? Nein? Bist du Trap? Scheinbar ja. Ein bisschen. Cool. Oh! Ah ne, okay, hätte ich nicht gesehen, okay. Doch nicht. Ah! Ah! Sieh nur einen der Krug. Oh! 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 Ky Hemmph! Ah! Mach mir auf! Oh! Oh! а! Oh! Yeah! Ja, schau mal. Okay, warte mal. Kann ich... Ja, was wollte ich... Kann ich eigentlich das Ding wegschubsen? Nein! Kann ich das Ding wegschubsen? Scheinbar! Kann ich das Ding... Okay! Wie gut, dass ich die Knarre mit habe! Halt! Die da! Ah! Die... Oh nein, die Muni-Talle! Doch, nicht so easy! Oh! Das ist lustig! Als nächstes probiere ich... Ähhh... ...Granaten! Mit what? Du willst mich doch veräppeln! Mano! Nichts... ... ... ... ... ... Ist das ein Panzer? Kann ich? Kann ich den? Das? Das ist ein Mario Kann ich? Was macht der denn da? Ach so, gar nichts. Schaut nach oben! Komm her, du! Hat das Scower? Ah! Nee, dann! Das nix macht! Kill, 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 kill! Kill! Oh, da ist die Knares verloren! Oh, das ist interessant! Oh, ich wusste nicht, dass man die Knares so gesperdieren kann! Oh, ich wusste nicht! Oh! Sag mal! Nein! 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 Na, komm her, du! Alter! Alter! Du willst mich doch ver... Oh, wow! Okay... Wow! Fliehen ist sinnlos! Was geht hier? Ja, was glaubst du denn? Ihr kreist einen Geist mit dem Lichtschert auf einem Raum an! Was denkt ihr euch schon dabei? Wäre da ein Typ, der Granatenwürf, der wäre... Hochsteinflüster! Hochsteinflüster, ich höre dir ein Druid! Aber gut, okay, ich würde sagen, ähm... Wenn du fürs Zuschauen, es sind langsam 22 Minuten... Ich hau mich hier noch schnell um... Ah, siehste! Ja... Moni... Kann ich denn nun eigentlich... Ja, kann ich! Das ist ja gut... Warte... Okay... Äh... Das war diese Folge... Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Äh... Ich glaub ich mach jetzt einen Aufnahmestock, weil weiter kann ich nicht... Aus... Äh... Gründen der Realität... Ciao und möge die Macht mit euch sein! In der nächsten Mal! In der nächsten Mal!